Dieses Video soll keine Person beleidigen, sondern ist lediglich eine Parodie und sollte keinesfalls ernst genommen werden. Jetzt mal ehrlich, was soll das eigentlich sein, diese Save Crime? Ich seh nur schlechte Videos, egal ob Crime oder Game Time. Wir sind YouTube, nur eins in Deutschland, kommen wir vom Feinstein. Und was sind meine neueren Videos? Ihr könnt nicht zeichnen. Ich guck eure Videos nicht, nicht mein Niveau. Wenn ich ne Affenbande sehen will, dann geh ich in den Zoo. Ihr habt hier weniger Abos und wollt ein Denkmal bauen? Meint ihr das klappt? Hm, ich denk mal kaum. The White Titty? Die Jungs, die nur Songparodien machen? Und das seit drei Jahren. Jungs, könnt ihr auch andere Sachen? Ihr musstet euren Channel damals hochpushen mit Twilight. Und Topjack, der ist für Arme gemacht. Mein Beinheit. Eure Songparodien, die feiert nicht einmal Sido. Den Play der Woche habt ihr euch verdient, yo. Ihr wart mal witziger. Es geht der Gab mit euch und den Trommler. Letztes Jahr war nicht der, sondern Voltitis, letzter Sommer. Egal was ihr zu sagen habt, ich schwimm, der ist nicht schlimm. Denn ich kommt dort einfach alles hin, nur weil ich Türke bin. Ihr spielt um alles Schere, Stein, Paper, ich kann es nicht fassen. Ihr solltet euch bei Doktor alles therapieren lassen. Ihr werdet niemals so weit gekommen ohne uns. So viele Abonnenten durch Volketti? Das ist keine große Kunde. Ihr seid der Abschau von Youtube, die unlustigen drei. Möcht ich mich für ein von euch entscheiden? I will take it back, geil. Warum ist TC immer die Frau? Warum sieht viel so scheiße aus? Ich wünschte mir TC, hätte dir nie die Pokémonkarte geklaut. Ihr Witze. Wir sind keine Freunde, Mann. Sondern Konkurrenten, wir versetzen euch in den Streutelgang. Es wär nett, wenn ihr unsere neue Single einfach kauft. Ich glaub, der Video spricht für sich. Halt deinen Maul! Es ist okay, ihr findet unsere Videos scheiße, doch. Ihr könnt nix gegen uns sagen. Denn wir sind like a boss. Die